Hallo meine lieben Anchovies, hier ist Sir Tobi und ich spiele heute Plasma Burst und ich begleite euch somit auf eine tolle Reise. So. Boom, 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 boom. Ähm, ich hab das Spiel schon ein bisschen öfter mal gespielt, glaube ich. Ja, hab ich. Ich hab sogar die Fortsetzung gespielt, Plasma Burst 2, das kann ich nämlich auch let's play, weil das nämlich ziemlich cool ist. Das hat nämlich sogar nochmal ein paar extra Features, aber dazu kommen wir irgendwann mal. Erstmal das erste hier zu Linde spielen, ne? Man kann ja nicht schon den zweiten Teil spielen, wenn man den ersten nicht gespielt hat. So, das ist nämlich meine Logik und die Logik ist nämlich auch korrekt. So, was ist das hier? Was machst du? Willst du nicht sterben? Äh, Headshot. Oh, ich hab nur noch sechs Leben. Aber hier kann man auch Leben einsammeln, genau das blau Ding. Was ist eine schöne Lampe? Oh yeah, ich möchte die Lampe kaputt machen, oh yeah. Oh, das funktioniert nicht, okay, ich hoffe. Einmal runter, alles klar. Und wir können eben uns ein paar Sachen upgraden, ziemlich nice. Aber das machen wir erstmal nicht, denn wir spielen jetzt erstmal weiter. Bam, Headshot. Das hast du davon. Und wir können uns die nächste Knarre holen, z.B. wir können sie aufheben von denen. Und zwar die Riffle. Guck mal, wie die abgeht. Geht voll krass ab. Ja, die Dinger können auch noch explodieren und so. Ist ja auch Wayne, denn ich mach die gerade übel fertig. Wow, ist voll laut hier. Und wir können die Lampen richtig schnell kaputt machen. Hauptsache die Lampen kaputt machen. Ich mag keine Lampen. Was ist mit euch? Mögt ihr Lampen? Bam. Oh, oh, nein, 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 nein. Ich sterbe. Ganz vergessen, dass man ja gar nicht regeneriert. Oh, nein, ich bin tot. Oh, nein. Egal. Jetzt wisst ihr schon mal, wie es lang geht. Das ging viel zu schnell. Ey, da steht ja noch nicht. Was? Als ob ich schon so schnell sterbe? Ich werde dich tot tasern. Nein, komm her. Komm her. Hat leider nicht funktioniert. Nochmal, komm. Als ob der mir direkt einen Headshot gibt. Boom. Boom, 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 boom. Nein. Einmal gegen dieses Ding schießen. Das ist auch das Witzige. Die Gegner können auch sich selbst abknallen. Und dann sind die böse gegen sich selbst und schießen sich gegenseitig ab. Oh, 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 oh. Uh, der hat auch noch gekillt. Und der ist am nächsten auch noch. Bam. So wird das gemacht hier. So, weiter geht's. Und ich denke, ich hole mir direkt Amor. Ich glaube, das ist echt wichtig. Auf geht's. Jetzt haben wir einen Helm. Jetzt sterben wir auch nicht so schnell. Yeah, und, und, und. Bin ich gegen meine eigene Granate gerade gestorben? Mann, wir sind immer noch im zweiten Level. Bam. Meine Güte. Bam. Uh, 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 da habe ich mal einen Sterben gesehen. Oh, ja, das war der. Sag mal, der auch bedürft. Yes. Der auch noch. Und jetzt einmal hochgehen. Einmal hochschweben. Da ist ein Roboter. Toll. Oh, der hat einen Shotgun. Oh, guck mal, wie viel der abzieht. Bam. So wird das gemacht. 149 Dollar. Was macht man mit dem Geld? Ich glaube, erst mal nichts. Erst mal gucken wir weiter. Oh, oh, oh. Das ging wieder viel zu schnell. Ne? Er hatte meine Allerliebungswaffe. Und zwar die Shotgun. Die Shotgun rasiert wirklich alles. Oha. Hallo, hört auf. Great. Woo. Buh, 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 buh. Ey, jetzt hört doch mal auf hier. Kann ich die Granate nicht aufheben? Äh, die Shotgun nicht aufheben? Ja, danke schön. Du hast mir meine Arbeit erleichtert. Dafür kannst du jetzt auch sterben. Und ich schieße da unten hin. Aber der macht nichts. Hallo. Ich habe schon längst oben gesagt. Mann, das hängt viel zu sehr. Dann heißt es wieder, äh, du bist so ein Opfer. Du kannst das gar nicht spielen. Ja, jetzt habe ich die Shotgun. Woo. Oh, yeah. Ja, und dann. Och. Ich habe mir sogar gekillt. Einen Headshot gegeben, obwohl ich nichts gesehen habe. So viel Skill habe ich. So viel Skill. Da soll mir einer sagen, dass ich keine Skills habe. Schade. Ja, hol mal, es hat die Shotgun. Eine Güte. Bum, bum. Komm, wie schnell das einfach mal geht. Die haben keine Chance, irgendwie auszuweichen. Ja, ja. Hilfe nämlich, danke. Und mit diesem Fahrstuhl können wir runterfahren. Und da erwartet uns der nächste Gegner. Das war genau der Typ da. Und der Typ ist der mit der Shotgun. Und den haben wir auch gemacht. Und da ist der nächste irgendwo. Nee, doch nicht. Yay, Energie. Und nochmal Energie, bitte. Yes. Und einmal wird er da unten gehen. Oh, 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 oh. Bam. Nicht sterben, bitte. Ja, wir haben ihn fertig gemacht. Bam, das war der letzte. Und die Lampe kaputt. Und, wuh. Da hat sich die Shotgun doch gelohnt, oder? So, jetzt können wir die Shotgun sogar noch upgraden. Was ziemlich cool ist. Das machen wir auch gleich. Und dann sogar... Oh, das passt perfekt alles. Wunderbar. Hoppala. Ups. So. Okay. Jo. Diese übertriebenen Explosionen. So, da ist... Oh, kann ich mich schleppen? Du kommst erst mit mir mit. Komm mit mir mit. Komm mit mir mit. Und jetzt schießen wir gegen dieses Ding da. Oh. So spektakulär war es jetzt auch nicht. Egal. Oh. Fast den Gegner übersehen und ich bin gestorben. Schade. Ich nehme nicht an meinen Fuß. Äh, an deinem Fuß. Äh, fühle ich einmal dagegen. Und da ist auch noch ein Gegner. Oh, das habe ich nicht gesehen. Und da noch einer. Oh, ne, mal. Oh, ne, mal. Oh, ne, mal. Ah, äh, mach ich das. Bitte. Hallo. Bär. Meine Güte. Oha. Da ist auch noch einer mit der Shotgun. Das habe ich nicht gesehen. Ah, Savenia, Badabäte. Mega. Osnab, was passiert da unten? Ich kann nichts sehen. Das Bild ist zu aufwendig. Es hängt zu sehr. Oh, da ist Energie. Das kann ich gebrochen. Ich habe nur noch eine. Einmal hier runter, bitte. Vorsichtig. Yay. Und einmal da hoch. Okay, das geht nicht. Schade. Muss ich mich mit 26 Energie zufrieden geben. Und einmal. Yay. Was geht? Ich habe schon mal länger gebraucht. Oh. Oh. Oha. 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 So. Einmal hier runter. Nein, 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 nein. Danke. Boah, was? Hä, wo kommt der angeflogen? Ich sehe nix. Ich höre nur Geräusche. Ja, ist er jetzt besiegt? Ah, da ist noch einer. Oh, da ist er noch mehr. Nuh. Huhu. Bam. Nein, jetzt nicht sterben. Bam. Yeah, cool. So, hier nächstes Update. Krass cool. Shotgun und nochmal Armor. Perfekt ausgerüstet. Guck mal, ein Schuss und der ist direkt gestorben. Boah, Alter. Boah. Boah, die sind doch Roboter. Oh, jetzt sind die noch besser oder was? Oh, snap. Keine Chance. Ich bin zu stark für die. Oh, ups. Sorry. Tut mir leid. Ups. Hoppala, hoppala. Tut mir leid. Ne, das war nicht geplant. Doch, war es wohl. Ja, macht doch mal euch da unten bitte alleine fertig. Was macht der da? Ah, jetzt ist er gekommen. Einmal hier langsam runter. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, langsam erst. Iiiiih, ich bin durchgeteilt durch meine Shotgun. Oh, Headshot. Das war es schon. Ich könnte mich nicht besiegen. Ich bin unsterblich. Oh, den ersten erledigt. Und den auch noch. Wow. Oh, tut mir leid. Oh. Snap. Ah, na. Ah. Bam. Bäm. Oh. Oh. Das sind drei Roboter. Hab ich mir gerade gesehen. Ja, genau. Der letzte bin ich. Ja, okay. Tanz für mich. Tanz für mich. Ähm. Nächste Mission. Alter, wir haben 300 Dollar. Und ich brauch das nicht ausgeben, weil ich so gut bin. Ah. Ah, Savenia. Oh. Oh, yeah. Keine Chance. Keine Chance. Du gehst mir so auf die Nerven. Dieser Moment, wenn man die nicht killen kann, weil er sich die Kerstzeit befegt. Oh. Und er fällt runter. So übelst dramatisch. Ja, wenn du einmal jetzt da aufhören würdest. Danke. Das war der DJ-Song. Ja, und dann bläst du mir mein Gehirn. Meine Güte, hallo. Und dann springe ich nicht auf die Energieleiste. Ich habe eigentlich genug Energie, um hier das Level diesmal zu meistern. Yay. Und dann sterbe ich an so einem Typ mit einer Raketenwerfer, ne? Wir haben es fast geschafft. Komm. Yay. Energie. Und wir haben es geschafft. Uh. Ach, jetzt haben die die übelste Kanne Waffe. Die ist auch gut. Die könnte man auch gut gebrauchen. Weil ich finde die rote Schott kann auch nicht schlecht. Ah, jetzt habe ich die. Bam. 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 Ah. Hallo. Oh. 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 Bam. Und jetzt springe ich einmal hier rüber. Und bam, 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 bam. So, das ist die. Ah, nein. Was mache ich denn? Wieso springt der denn nicht? So. Tut mir der Hengst, ne? So. Alles so weit, so gut. Oh. Ganz ruhig. Nein. Oh. Oh. Äh. I'm alive. I'm still alive. Und ich bin tot. Oh. 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 Hey, der fällt runter. Oh. Oh. Nein. Ups. Nein, nicht da. Ach. Keine Lust mehr. Mann. Hier ist man auf. Oh, meine Ohren tun weh. Diese Brille drückt einfach voll auf die Ohren. Springen. Springen. Oh. Oh. So. Springen. Schießen. Schießen. Oh. Oh. Ich brauch die Energie. Ne. Keine Lust mehr. So, Leute. Ich würd sagen, nachdem ich erfolgreich abgeloost hab in diesem Level, weiß ich nicht, was das war. Level 9. Ich hab gehofft, dass ich bis Level 10 komm, aber gut, dann halt nicht. Würde ich mal sagen. Sehen wir uns im nächsten Video. Oder auch nicht. Entscheidet selbst. Dann kehren wir jetzt zu ganz tollen Endcard. Yeah. Zu meiner linken Seite seht ihr das alte Let's Play, beziehungsweise das letzte Video, also das Spiel Happy Wheels, das ich gespielt habe. Und zu meiner unteren Seite seht ihr ein anderes cooles Video. Das wird nämlich, äh, weiß ich nicht, ein cool anderes Let's Play sein, das ihr euch angucken könnt, wenn ihr Lust habt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Und tschüss. Und jetzt machen wir wieder die Fernseher aus. Und jetzt machen wir wieder die Fernseher aus. Nice.